So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr hier reinschaut. Heute habe ich euch Sprawlopolis mitgebracht, das gibt es jetzt auch endlich auf Deutsch. Das ist ein Spiel für eine Person. Hier ist auch eine Variante drin, wo man es mit zwei bis vier Spielern spielen kann. Bau deine Metropole, ein Solospiel ab acht Jahren. Und das Spiel ist dann auch relativ zügig erklärt und gespielt. Das hat halt hier auch 18 Karten drin, die immer so Stadtviertel zeigen. Und die Karten nehmen wir jetzt einfach und mischen die einmal gut durch. Und es ist auch fast egal, wieso man die erstmal mischt, weil ihr seht das schon, die sind halt doppelseitig bedruckt. Und dann nimmt man irgendwie drei Karten heraus, von denen man dann die Rückseite braucht. Das sind jetzt quasi die Herausforderungen. Die Herausforderungen Vororte, Pendlerverkehr und die Außenbezirke. Die legt man dann erstmal hier so zur Seite. Gucken wir uns gleich mal näher an. Erstmal die grundlegende Spielmechanik. Wir nehmen jetzt von den anderen Karten einfach zufällig irgendeine raus und legen die halt immer so, dass eine lange Seite zu uns zeigt. Wie rum können wir uns aussuchen, wobei das jetzt am Anfang auch wirklich noch egal ist. Und das ist jetzt der Beginn der Metropole. Und drumherum bauen wir jetzt quasi unsere tolle Sprawlopolis. Also so ein Stadtbauspiel. Von dem restlichen Stapel nehme ich einfach drei Karten. Und jetzt geht im Prinzip das Spiel auch schon los. Und die Regel ist einfach, spiele eine Karte aus. Ich kann die halt irgendwie angrenzend spielen. Ich kann die hier angrenzend spielen. So rum geht nicht. Straßen kann ich fortsetzen, muss ich aber nicht. Ich bekomme am Spielende für jede Straße, die in meinem Gebiet ist, einen Minuspunkt. Das heißt, das wären schon mal gleich die drei Minuspunkte. Wenn ich das so hier... Na, das geht nicht. Hier kann man schon mal nicht so... Also hier könnte ich das jetzt da hin bauen. Dann hätte ich jetzt schon mal nur noch zwei Straßen, die ich auch beide fortsetzen könnte. Die ich vielleicht sogar verbinden kann. Aber vielleicht gibt es hier auch irgendwelche Karten, wo ich mit Straßen irgendwas besonders machen soll. Weil ich dann dafür ganz viele Punkte bekomme. Und jetzt werden halt erstmal die Werte von diesen Karten aufaddiert. Das sind zusammen ja 25. Und das ist die Punktehürde. Wenn ich 25 Punkte erreiche in diesem Spiel, dann habe ich es quasi gewonnen. Dann kann man halt noch gucken, wie gut man das Ganze gewinnt. Und hier kriege ich jetzt einfach einen Punkt für jede Straße, die nicht am Stadtrand endet. Das heißt, aktuell wären die ja alle am Stadtrand. Also normalerweise zählt ja jede Straße einfach einen Minuspunkt. Jetzt würden die sogar schon zwei Minuspunkte zählen. Wenn ich es aber schaffen würde, dass diese Städte halt irgendwie innerhalb des ganzen Verlaufens und keinen zum Rand zeigt, dann würde ich halt einen Punkt dafür bekommen. Das heißt, sie wären im Prinzip null Punkte wert. Das hat halt einen Einserwert. Hier 16. Jede Straße bringt zwei Punkte, wenn sie durch mindestens ein Gewerbe und eine Wohnzone führt. Und die Vororte kriege ich einen Punkt für die Parkzone, die an mein größtes Wohngebiet angrenzt. Und minus zwei Punkte für die Industriezone, die an dein größtes Wohngebiet angrenzt. Und jetzt haben wir schon mal halt die Situation, dass wir relativ einfache Regeln haben. Aber das wollen wir halt irgendwie alles so gut wie möglich erfüllen, dass wir da halt wenig Minuspunkte bekommen. Wenn es geht und wir irgendwo Pluspunkte bekommen, wir ganz viele Pluspunkte eben kriegen. Und am Ende des Spiels wird auch geguckt, wenn ich jetzt irgendwie das so hinlegen würde, wäre das halt irgendwie eine Parkzone. Und wenn ich das hier auch noch hinlegen würde, wäre das hier auch jetzt halt ein Park. Den könnte ich dann später noch größer machen. Dann würde ich halt gucken, mein größter Park, so viele Gebiete, wie da drin sind, würde ich jeweils einen Punkt für bekommen. Das heißt, hier wären es jetzt vier, hier wären es zwei, hier wären es zwei. Und hier für die Wohngebiete wäre es aktuell nur ein Punkt. Aber das haben wir jetzt einfach nur mal so hingelegt. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal überhaupt Gedanken machen, was, das ist jetzt meinetwegen die Startkarte. Welche von diesen Karten spiele ich jetzt aus, damit ich halt diese Punktebedingungen hier erfülle. Dann muss das schon alles drei auch wirklich berücksichtigen. Ich möchte jetzt halt ein möglichst großes Wohngebiet bauen und möchte da dann auch Parkzonen angrenzen haben. Und möchte halt verhindern, dass da irgendwie Industrie angrenzt. Das ist schon mal knifflig. Und dann würde ich aber auch noch Straßen, die durch Gewerbe- und Wohnzonen führen. Das hätte ich ja quasi, wenn ich jetzt das hier hinlegen würde, hätte ich ja hier eine Straße, die durch eine Gewerbe- und eine Wohnzone führt. Also würde ich dafür schon mal zwei Punkte bekommen, wenn ich da jetzt noch, ne, da ist ja auch noch ein Gewerbegebiet, das würde mir nicht mehr Punkte bringen. Das heißt, hier würde es eher Sinn, viele Straßen zu haben, aber ich möchte eben auch nicht so viele Straßen haben, die am Rand enden. Hinspielen und ich will natürlich auch irgendwie ein großes Wohngebiet bauen. Das heißt, das könnte ich natürlich, ja, schwierig hier zu erreichen. Jetzt würde ich hier schon mal die Punkte bekommen, aber das ist nicht so wirklich gut. Ich könnte jetzt natürlich auch schon mal überlegen, welche Karten habe ich noch auf der Hand, welche Karte kommt gleich, welche Karte ziehe ich also nach und muss das halt alles in meine Überlegungen mit einfließen lassen. Ihr seht schon, wie gesagt, die Grundregel, mega einfach, aber dass ich das wirklich so baue, dass wir da richtig viele Punkte und das Maximumpunkten rausholen. Da kann man schon wirklich viel und hart grübeln und vielleicht würde ich ja auch irgendwie erstmal hier so einen Kreis bauen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber ich möchte ja schon auch einfach erstmal ein großes Wohngebiet bekommen. Mit den Karten hier wäre das tatsächlich so möglich, dass ich da schon mal ein Wohngebiet baue. Da habe ich jetzt auch gleich diese Bedingungen hier schon erfüllt. Ich würde das einfach mal so lassen, dann eine Karte nachziehen und könnte jetzt halt auch wieder überlegen, okay, wie nutze ich jetzt diese Karten, dass ich da eben das Wohngebiet vielleicht vergrößere. So wäre halt schlecht. Ich könnte das zum Beispiel so machen. Ja, da muss ich jetzt überlegen, die beiden Punkte, die ich hier bekomme, da kann ich halt richtig viele Punkte machen, wenn ich viele Straßen baue, aber natürlich auch jede Straße gibt einen Minuspunkt. Das heißt, das ist im Endeffekt ja auch nur ein Punkt wert, wenn ich das schaffe. Da könnte ich natürlich versuchen, hierüber ganz viele Punkte zu machen. Wenn ich jetzt ein möglichst großes Wohngebiet baue, dann bekomme ich natürlich auch nochmal für die Gebiete in dem Wohngebiet extra Punkte. Das heißt, ich könnte das vielleicht sogar so anlegen, würde dann auch wieder eine Karte nachziehen und könnte dann mal gucken. Jetzt habe ich hier natürlich nur Wohngebiete mit Straßen drauf. Das heißt, hier würde ich dann auf jeden Fall eine Straße nirgendwo verlaufen lassen. Das wäre natürlich nicht ganz so gut. Ich könnte halt gucken, ob, na es sind halt auch immer zwei Straßen bei, das heißt, hier wird es immer irgendwie Minuspunkte für geben. Mal gucken, hier ist jetzt schon mal ein Park angrenzend. Ich könnte das natürlich auch einfach vergrößern, indem ich hier eine Karte hinspiele. Ich glaube, dass ich so, also das ist natürlich auch ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, so wie ich das aktuell mache, würde ich, also wenn ich halt primär auf die Karte gehe, wo ich halt die Pluspunkte für die Wohngebiete bekomme, besteht halt die Gefahr, dass ich für die anderen Sachen viel zu wenig Punkte bekomme. Aber gucken wir doch einfach mal, was passiert. Die Wohngebiete haben offenkundig, auch wenn man sich jetzt mal die anderen Karten anguckt, haben die Wohngebiete immer Straßen. Eigentlich haben nur die Parks keine Straßen. Das ist auch mal gut zu wissen. Man sollte sich das alles mal angucken, um das zu verinnerlichen. Das heißt, ich könnte natürlich, ich will natürlich auch hier die Industriegebiete überdecken. Und dann könnte ich, das passt natürlich alles nicht, wenn ich das jetzt irgendwie hier noch hinlegen will, um damit möglichst viel da zu überdecken. Dann könnte ich das vielleicht so machen. Das wäre doch schon mal ganz gut. Jetzt sehe ich hier schon mal ein 2, 4, 5er Wohngebiet. Dafür würde ich halt am Ende noch 5 Punkte bekommen, einfach für die Gebiete an sich. Dann nochmal ein Punkt für jede Parkzone, die angrenzt werden. Dann aktuell halt auch nur 2, aber hier auch noch 2 Minuspunkte für. Das würde ich also eigentlich auch überdecken tatsächlich. Ich würde also auch da wieder eine Karte nachziehen. Und bei der Straße habe ich natürlich eine große Chance, dass ich dafür einfach einen Pluspunkt bekomme. Also wenn ich so eine Straße nirgendwo verlaufen lasse, dann zählt die einfach 0 Punkte. Das ist doch gar nicht so verkehrt tatsächlich. Für die würde ich jetzt einfach hier 2 Punkte bekommen. Für die auch, weil ich die Bedingungen von der Karte hier erfülle. Das heißt, die kann sogar ganz gut sein. Sie würde dann in Kombination eine Straße, die ich hier im Nichts, wenn ich hier noch irgendwas hinbaue, wo die Straße nicht weiter geht, dann würde ich dafür einen Punkt bekommen. Und wenn ich auch noch die Bedingungen hier erfülle, würde ich sogar 3 Punkte dafür bekommen, statt einem Minuspunkt. Also im Endeffekt sogar plus 4 Punkte zu dem, was ich normal für so eine Straße bekommen würde. Also vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Das Wohngebiet kann ich jetzt gerade nicht wirklich, zumindest nicht hier unten vergrößern. Ich könnte es aber natürlich hier oben vergrößern. Dann würde ich natürlich auch hier eine Parkanlage abdecken. Aber ich würde hier eben auch das Industriegebiet wegnehmen. Das heißt, das wäre jetzt schon mal eigentlich ein ganz gutes Wohngebiet, glaube ich. Dann würde ich da eben auch wieder eine Karte nachziehen. Man sieht hier auch schon immer, was kommt. Und es sind dann eben auch nur 18 Karten, von denen 3 schon hier liegen. Eine liegt schon gleich in der Mitte. Das heißt, das Spiel dauert auch nicht so ewig. Man kann sich da aber, wenn man möchte, schon auch wirklich echt gut reingrübeln. Die Straße würde jetzt ja auch erstmal Minuspunkte bringen, aber hätte halt auch wieder den Effekt, dass sie durch ein Wohn- und Gewerbegebiet führt. Also auch da dann wieder zwei Pluspunkte. Und wenn ich da jetzt mal gucken, ob ich die irgendwie enden lassen kann. Schauen wir mal. Aktuell hätte ich hier jetzt noch ein Industriegebiet, das da angrenzt. Das möchte ich natürlich nicht. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel die Karte noch ranspielen. Jetzt hätte ich auch einfach hier die Straße quasi überdeckt. Würde die auch vielleicht eben nirgendwo verlaufen lassen. Und das ist doch auch vielleicht schon mal gar nicht so schlecht. Dann kommt noch die Karte dazu. Dann können wir wieder gucken, was haben wir hier so für mögliche. Hier ist jetzt noch nicht alles durch. Also normal könnte man hier sitzen und wirklich hart bei jeder Karte auch unter Berücksichtigung des Nachziehstapels zu überlegen. Wie macht man das am besten? Das könnt ihr dann machen, wenn ihr das Spiel zu Hause habt und seht. Okay, das ist so eine knifflige Aufgabe, die regeltechnisch nicht kompliziert ist, die mir aber durchaus Spaß machen würde. Ich kann mal gucken, wie ich jetzt hier noch irgendwie vielleicht auch hier an sich größere Gebiete bekomme. Hier würde ich, wenn ich mein Gewerbegebiet vergrößern würde, würde ich dafür natürlich auch nochmal Punkte bekommen. Ich glaube, es macht schon Sinn, ein bisschen auf die Karte hier zu gehen und mal zu gucken, wie ich das wirklich effektiv größer machen kann. Aber es bleibt dabei mit den Karten hier gerade nicht wirklich da oben. Aber wenn ich die hier hinlegen würde, dann wäre doof. Die Straße möchte ich eigentlich schon gerne behalten, glaube ich. Aber ich könnte die Karte zum Beispiel hier hinlegen, wobei das tut mir eigentlich gar nicht so viel bringen. Ich glaube, die grundsätzliche Mechanik habt ihr verstanden. Ich spiele das jetzt mal zu Ende und dann gucken wir uns mal die Schlusswertung an, was ich da so fabriziert habe. So, und das wäre jetzt mein Endergebnis. Dann fangen wir mal an zu zählen. Erstmal kriege ich einen Minuspunkt für jede Straße. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, minus 10. Das ist schon mal ein ganz guter Start. Dann suche ich mal die größten zusammenhängenden Gebiete. Also hier habe ich ein Wohngebiet, bestehend aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Damit hätte ich das schon mal wieder ausgeglichen. Bei den blauen Gewerbegebieten habe ich hier maximal 2, also nur 2 Punkte. Bei den Parkanlagen habe ich hier 1, 2, 3, 4. Da habe ich sonst, glaube ich, nirgendwo mehr. Dann wäre ich insgesamt schon bei 5 Punkten. Industriegebiete habe ich hier nur 2 zusammenhängende. Wären also schon mal 7 Punkte immerhin. Und dann würden wir uns mal die Karten angucken. Ich würde da minus 1 Punkt für die Straße, die am Stadtrand endet, bekommen. Das wären also nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, die zählt nur einmal, das ist eine Straße, 7, 8. Also nochmal 8 Minuspunkte. Dann aber auch nochmal 1 Punkt für die Straße, die nicht am Stadtrand endet, bekommen. Das heißt, das wäre hier immerhin 1 Pluspunkt, 2 Pluspunkte, 3 Pluspunkte. Und das war es leider auch schon. Nicht so viel tatsächlich. Dann würde ich hier 2 Punkte für jede Straße bekommen, wenn sie durch mindestens ein Gewerbegebiet und eine Wohnzone führt. Das ist hier einmal der Fall, zweimal der Fall, dreimal der Fall, viermal der Fall, fünfmal der Fall, sechsmal der Fall, siebenmal der Fall, achtmal der Fall, wenn ich mich verzählt habe. Wären also 16 Punkte. Und schließlich hier noch minus 2 Punkte für die Industriezone, die an dein größtes Wohngebiet an. Dann habe ich hier einmal. Schade, das habe ich nicht wegbekommen. Ansonsten grenzt hier nirgendwo direkt Industrie an. Das ist also ganz gut. Und es gibt halt nochmal 1 Punkt für die Parkzone, die an dein größtes Wohngebiet grenzt. Also würde ich dafür nochmal 1, 2... Ich glaube, ich habe sogar das vorhin nicht als Park gezählt. Das ist rot-grün-bildenmäßig ein bisschen schwierig, wo man es natürlich an den Straßen so schon erkennen kann. Aber da habe ich vielleicht noch einen Punkt mehr. Aber gucken wir mal. Ich würde jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte nochmal obendrauf bekommen. Und damit hätte ich dann, wenn ich mich nicht verzählt habe, 23 beziehungsweise vielleicht sogar 24 Punkte zusammenbekommen. Und wir erinnern uns, die Herausforderung, die ich hätte schaffen müssen, ist einfach der aufsummierte Wert von den Zahlen hier. Das heißt 25. Ich habe es also ganz, ganz knapp nicht geschafft. Vielleicht nochmal 5 Sekunden mehr darüber nachdenken. Wäre da ganz gut gewesen. Aber das wäre jetzt halt meine Sprawlopolis gewesen. Und da gibt es hier auch noch so ein Achievement-Zettel, wenn man es denn geschafft hat. Und man hat vielleicht eine Sim-City gebaut, weil diese Metropole hier eine symmetrische Form hat. Dürfte ja dieses Achievement abhaken. Oder wenn ich hier die Hyper-Ausdehnung hätte, wenn ich keine einzige Zone überbaut hätte. Sprich, wenn ich Karten immer nur nebeneinander gelegt hätte. Dann würde ich ja dieses Achievement ankreuzen. Das heißt, da hat man auch ein bisschen Herausforderung, nicht nur hier möglichst viele Punkte zu machen. Sondern auch noch diese ganzen Achievements abzuhaken. Das sind 13 Stück. Die wird man selten zufällig erfüllen. Das heißt, allein da habt ihr noch einige Partien mehr, wo ihr halt einfach versuchen könnt, die zu erreichen und zu erfüllen. Und da wird es bestimmt im Internet auf Bordgemergeber so auch schon noch deutlich mehr geben. Und wie gesagt, andere Partien haben natürlich auch mal einen ganz anderen Ansatz. Weil ihr natürlich auch einfach vielleicht diese drei Karten ausliegen haben könntet. Die halt auch eine relativ geringe Challenge haben. Weil die halt nur einen Gesamtwert von 9 haben. Es könnte natürlich genauso gut sein, dass ihr irgendwie hier diese Karten ausliegen habt. Aber da habt ihr natürlich auch mal die Chance, viele Punkte zu machen. Und da sind eben auch wirklich immer ganz unterschiedliche Herausforderungen bei, denen man sich dann eben stellen muss. Und man kann das Ganze, wie gesagt, auch kooperativ spielen. Wenn man das Ganze kooperativ spielt, dann ist es halt so, dass man nicht wirklich über seine Karten miteinander reden darf. Man versucht gemeinsam, diese Metropole zu bauen. Das heißt, ich hätte jetzt diese drei Karten auf der Hand. Und die anderen Spieler, wenn wir uns mehr Leute spielen, würden alle eine Karte. Und ich würde jetzt halt hier irgendwie mir was überlegen, irgendwas dahin spielen. Und würde dann halt quasi diese Karten weitergeben an den Spieler, der dann auch wieder drei Karten hätte. Ich würde einfach eine Karte nachziehen. Und so geht das dann reihum, bis alle Karten verbraucht sind. Natürlich kann man auch da natürlich dann diskutieren, was man wie bauen will. Welche Möglichkeiten man hat. Gemeinsam die Optionen durchgehen. Da sieht man natürlich immer noch ein bisschen mehr. Das kann durchaus Spaß machen. Aber es kann natürlich auch zu einer absoluten Paralyse führen, weil man dann wirklich auch zu zweit alle erdenklichen Möglichkeiten durchgeht. Anstatt alleine einfach zu sagen, ich mach das mal. Es werden noch gleich Erweiterungen mitgeliefert. Man hat noch den grausamen Godzilla. Man hat die sensationellen Sehenswürdigkeiten. Und man hat die blöden Baustellen. Da hat man dann hier hinten so Karten mit so einer Baustellenherausforderung. Und die Karte hier ist zum Beispiel gleich doppelseitig. Und hier haben wir nochmal Godzilla, der nochmal seine eigenen Wertungsregeln hat. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Aber es ist halt auch schön, dass die gleich dabei sind. Und ja, da haben wir halt ein Spiel, das einfach eben auch im Normalfall nur 18 Karten hat. Mit der Erweiterung sind es jetzt natürlich ein paar mehr. Das eine kompakte Schachtelgröße hat. Und wo man aber durch die Kombination von diesen ganzen Herausforderungen und auch den Punkten, die man halt für Straßen abgezogen bekommt oder für große Gebiete plus bekommt, hat man eben auch immer noch eine gute Challenge, wo man sich auf jeden Fall die Zeit mit vertreiben kann. Man braucht immer ein bisschen Platz dafür. Aber ich finde Preis-Leistungs-mäßig echt ein cooles Spiel. Gibt schon seit ein paar Jahren auf Englisch. Jetzt endlich auch auf Deutsch. Das war einmal Sprawlopolis. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald. Und tschüss. Bis bald. Bis bald.